Das war einer der Leitsprüche des italienischen Faschismus, der auch hier in Südtirol an ganz viele Häuser geschmiert wurde. Und genau dieses Programm setzt jetzt die neofaschistische Regierungspartei Fratelli d'Italia wiederum. Im italienischen Parlament liegt ein Gesetzentwurf, welcher vorsieht, dass italienisch als alleinige verpflichtende Amtssprache eingeführt wird. Das heisst, jeder Staatsbürger muss italienisch können, ist gesetzlich verpflichtet, italienisch zu können. Das bedeutet, dass in Südtirol das Recht auf deutsche Sprache, die Gleichstellung der deutschen Sprache, komplett ausgehebelt wird. In der Praxis würde das dann bedeuten, dass wenn ein Südtiroler in eine Polizeikontrolle kommt und sagt, ich möchte von meinem Recht, deutsch zu sprechen, Gebrauch machen, der Polizist antworten wird, sie sind verpflichtet, italienisch zu können. Das ist reiner Faschismus. Vor allem auch, weil in diesem Gesetzentwurf Südtirol noch als ausdrückliches Negativbeispiel genannt wird. Sozusagen die Südtiroler sprechen eine Sprache, die nicht die italienische ist und bedrohen damit die italienische Kultur. Sogar die deutschen und historischen Ortsnamen werden als Bedrohung für die italienische Kultur angesehen. Eine Frechheit. Das können und dürfen wir als Südtiroler nicht durchgehen lassen. Dagegen werden wir uns wehren. Und das werden wir hier im Landtag ganz klar zur Sprache bringen. Denn diese faschistische Ideologie, die derzeit in Rom gemacht wird, das ist eine Bedrohung für Südtirol. Das ist eine Untergrabung der Autonomie. Und dagegen werden wir uns wehren. Alle Staatsbürger Italien sollen verpflichtend italienisch sprechen. Denn immerhin befindet man sich im italienischen Staate. Ja, sind wir total deppet geworden. Das würde ja für Südtirol den Ruin bedeuten. Wir haben ein Recht darauf, auf unseren Gebrauch unserer Muttersprache. Und lassen uns ganz sicher nicht die italienische Sprache aufzwängen. Das ist ganz ein klarer Affront gegen die Minderheitenrechte, gegen die Menschenrechte. Und immerhin hat Italien auch diese mit an, akzeptiert und unterzeichnet. Und deshalb sind wir hier strengstens dagegen und müssen uns schauen, als Südtiroler Freiheit und als Bürger Südtirols zu wehren. Denn die Landesregierung, die SVP, hat ihren Sinn und ihr Gespür und den Blick auf die Gefahren, die von Seiten Italiens drohen, längst schon verloren. Und aus diesem Grund muss sich jetzt Südtirol selbst wehren. Jeder Einzelne ist aufgerufen, sich zu wehren und zu sagen, nein, zu verpflichten, denn italienisch für alle.